Hallo und einen schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Hildmann, ich bin Ihr Internetunternehmensberater. Ich bringe Sie in Google auf Seite 1 und sorge dafür, dass aus Ihren Besuchern Kunden werden. Manchmal ist es notwendig, dass für bestimmte Kunden auch ein Buch geschrieben wird zum Reputationsaufbau. In manchen Fällen haben die Kunden schon ein Buch. In diesem Falle hatte der Kunde schon ein Buch vorbereitet als Kindle-Version. Ich habe daraus dann eine entsprechende richtige Buchversion gemacht mit Cover und allem drum und dran. Und das hier ist jetzt ein Schnelldurchgang durch dieses Buch. Viel Vergnügen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020